Hallöchen Freunde. Na, alles fit bei euch? Wir müssten hier noch ein paar haben. Habenskis. Den haben wir umgelegt, ne? Da dürfte eigentlich keiner mehr sein. Nein. Äh, Dynamo. Kann man öffnen, bitte? Ja. Öffnen. Haha, alright. Und ein Meter. Ah, jetzt wieder diese letzten Beine suchen da, ne? Das wird jetzt wieder ein Akt. Wieso letzten Beine überhaupt? Allgemein die letzten suchen. Nein, 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 nein! Uuuuuhh. Tür zu. Da war ja eine Bombe dran, richtig? Ja, da war eine Bombe dran. Hallo? Eis, Chili, Dimitri. Äh, ist der tot oder was? Ja, der ist tot. Ist ein... ...wieder einen Bug gefunden. Sprengstoff-Experte, bitte. Dieses Ding reißt euch beim Kleinst... Muckst den Arsch auf. Bingo! Mach denn bitte ne Sprengladung. ...in so'n reichen Viertel da drin. Haha, alright. Hier gibt's doch bestimmt was zu holen. Zeit, den Müll rauszubringen. Da, 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 da ist er. Die Drecksau. Gibt's ihm... Gibt's ihm... Bingo! Bingo! Das hier ist jetzt eine FFZ. Da ist nichts. Haben wir's geschafft? Gott sei Dank. Und hier gibt's natürlich... ...nix zu holen. Ich dachte, ich hab's irgendwie... Hierher, ich nicht kommen so oft. Hier wohnen reiche Leute. Und sie wohnen gut. Schauen wir uns mal hier um. Da ist nichts. Ründern wir mal ein bisschen hier. What? Geld. Uh, nice. Komm, einsammeln. Wie viel Geld haben wir denn da? 129. Boah, ich bin reich. Wir sind reich. Entschuldigung. Wir. Nicht ich. Wir sind reich. Fürs Team und so. Okay, kann ich nicht aufmachen? Das ist so. Okay. Ja, ja. Gehen wir mal hier rein. Aber ich glaube, hier gibt's nichts zu holen, oder? Hier ist auch alles zu. Wie kommen wir da rein? Keine Ahnung, ich probier's erst gar nicht. Dynamo. Hier. Machst du loki-loki hier? Hat keine Falle. Dann mach mal auf. All right. What? Bin fix und fertig. Muss mich erst ein bisschen langlegen. Hä? Meine Lunge ist auch nicht mehr das, was immer war. Nothing. Okay, okay. Inzwischen. Oh, jetzt gibt's Ärger. Elliot, mir scheint, Sie und meine Berater halten mich nicht auf dem Laufenden. Ich verstehe nicht. Wir halten euch nicht auf dem Laufenden, Majestät. Balime, Elliot. Diese verdammten Söldner haben Balime eingenommen. Bei allem Respekt, meine Herrin. Seid ihr euch sicher? Woher wisst ihr das? Woher ich das weiß? Elliot, Sie Schwachkopf. Haben Sie letzte Zeit mal versucht, in diesem Palast aufs Klo zu gehen? Ganz Balime lebt in meinem Palast. Kinder klettern auf meinem Thron herum. Oh, ihr seid gewiss glücklich, Majestät. Ich weiß, wie sehr ihr es genießt, wenn eure Freunde aus Balime zu Besuch kommen. Elliot, Sie Schwachkopf. Sie besuchen mich nicht, Sie leben hier. Hören Sie mir genau zu, Elliot. Ich habe genug von Ihnen. Ich will, dass Sie meine Elite-Truppe nach Balime schicken und diese Stadt zurückerobern. Ja, Majestät. Ich werde Sie sofort losschicken, sobald Sie euren Freunden mit dem Gepäck geholfen haben. Jetzt, Elliot. Sofort. Wie ihr wünscht, Herrin. Elliot tut einem fast schon leid, ne? Wo war denn hier? Eis? Da ist er. Nothing. Nothing. UV-Sichtgeräte. Ich hab's. Sehr gut. Etwas Gutes hier. Waren wir hier schon drin? Hier waren wir schon drin, ne? Dann gehen wir jetzt mal... Hier waren wir auch schon. Gehen wir mal hier rein. Und du gehst hier rein. Kommst du überhaupt da rein? Nein. Na, wenn. Oh, hier gibt's bestimmt viel zu holen. Das ist ja auch so eine fette Kiste, ne? Nur leider nicht. Was ist denn da? Ist der Armour? Meine Lunge ist auch nicht mehr das, was immer war. Oh, okay. Alles Paletti hier. Zack. Hat keine volle. Dann mach mal auf. Video-Kamera und Geld. Ich hab's. Können wir hier wohl für Videos drehen. Leuchtstab. Oh. Feine Sache. Okay, hier ist auch nix. Erste Hilfe. Blechdose. Compound 18. Zack, zack. Gut. Zunächst gehen wir hier hin. Schaffst du das noch? Der ist fix unterwegs hier. Ist auch nicht mit das, was immer war. What? What? Okay. Dynamo. Zack, zack. Dynamo, wo ist er? Da. Der ist auch dezent überladen. Ich speichere mal vorher. Irgendwie hab ich das immer rührend, dass jetzt gleich ne Bombe kommt. Irgendwo hoch geht. Ihr wisst was. Senfgas. Oh, geil. What? What? Da. Vielleicht dort zu viel. Hab ich den schon aufgemacht? Weiß ich nicht. ist auch nicht mit das ja gut bevor die kollegas kommen da es sind nicht genug leute zum training bereit dr kann ich auch nicht sein inventar so wir machen jetzt erstmal hier wieder das übliche erster hilfekasten und so so zwei volle so passt schon da der kommt da hin so passt schon gell so 556 ok 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 machete machete komitanset kriegst du noch tablet 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 blechdose dynamo dynamo noch ein magazin das hat er das hat er das hat er der ist komplett er hat noch genug kann man nicht auffüllen ok granatwerfer aber keine granatas ähm inventar geld zack fangen wir mal da rein was haben wir hier geld arztkoffer da müssen wir hin da müssen wir hin ist cool ich hab die reise hinter mir du arztkoffer komme ich nicht dran grund xy wo haben wir denn den arztkoffer da falle in tür sehr gut jetzt müssen wir aber dran kommen richtig immer noch nicht was wieso komme ich da nicht dran warte mal kann man das irgendwie kaputt schlagen oder so ne auch nicht komm ich jetzt immer noch nicht dran ne doch jetzt komm ich dran ich hab's ich hab's jetzt komm ich dran sehr gut das heißt wir spielen wieder doktor und patient oh den muss ich sogar noch heilen da Dimitri wieso sagst du denn nix Dimitri also bitte patient oh der hat nix der ist fit ein patient jetzt dauert es erstmal wieder ein bisschen gell ich hoffe die elite heinies kommen nicht ich bin mir echt am überlegen ob ich mir grad Thor wiederhole aber der ist voll teuer oder der ist der ist fertig verbunden der ist fertig verbunden weiter ähm Thor sollen wir uns Thor holen ich weiß es nicht okidoki ich bin hier fertig ähm eigentlich gar nicht so verkehrt glaube ich oder die zahlung hat sich abgenutzt weiter ja ist jetzt auch sofort fertig wir gucken einfach mal ähm wo war denn das IEM Dienst Scully Shadow was kostet Shadow denn das geht sogar klar das geht sogar klar was heißt geht klar 256.000 sind 56.000 ne wo ist denn hier Thor ah Mist Thor ist im Dienst Sie sind mit Thor, Cassandra und Fenrus verbunden oh Doktor Kuh 73 ich hab ja mehr Trifft sich ein 94. Sollen wir uns den mal gönnen? Aber 9000? Ah ne, ich warte noch mal. Ja, soll reichen. Schlaffi, Schlaffi. Dynamo ist nicht müde. Eins ist nicht müde. Den Tü ist auch nicht müde. So, äh pö pö pö. Der ist wieder fit. Fit im Schritt. Da rein bitte. Oh oh. Ey grumm, Mine. Oh, da kommt schon ein größter Angriff. Jetzt hier. Was tun? Wen haben wir denn da? Wen haben wir denn hier? Gas. Tüdelü. Äh, Dynamo. Ich mach gleich Schlapp. Ja, du bist doch da. Chill mal. Dave. Ach, hallo mein Freund. Moment. Ich hatte früher ne nette kleine Tankstelle in der Stadtmitte von Balime. Musste dann aber zum Stadtrand umsiedeln, als ich keinen Sprit mehr geliefert bekam. Ich konnte die Quadratmeterpreise in der Stadt einfach nicht mehr bezahlen. Das Ganze ist etwas heruntergekommen. Aber es gibt nun mal nicht mehr viele Leute heutzutage, die eine Tankstelle brauchen. Die Herrin behält den ganzen Sprit für ihre Minen und ihre Armee. Natürlich hoffe ich, du wirst das alles ändern. Und dafür sorgen, dass Errulko wieder allen Leuten gehört. Und nicht nur der Herrin und ihren reichen Freunden in Balime. Ich hab hier ein kaum gebrauchtes Fahrzeug zu verkaufen, falls du Interesse hast. Kaum was auf dem Tacho. Das einzige Problem ist, es ist nicht genug bewegt worden, falls man das ein Problem nennen kann. Ich kann's dir für 10.000 Dollar überlassen. Also, um es dir schmackhaft zu machen, gebe ich dir freien Sprit, solange der Wagen läuft. Einziger Haken ist, dass ich nicht immer Sprit habe. Ist schwer regelmäßig zu bekommen. Aber, wenn ich was habe, mache ich dir den Tank voll. Oh, sollen wir das machen? Eigentlich hab ich ja den Bulli da, ne? Nein, machen wir nicht. Naja, solltest du je deine Meinung ändern, wird der Wagen wahrscheinlich noch hier stehen. Ach nein, danke. Ich bleib lieber bei meinen Zündkerzen, wenn's dir nichts ausmacht. Macht mir nix aus. Netter Typ. Darf ich dich ausrauben? Komm schon. Komm schon, Mann. Komm schon, Mann. Die Karre wurde mir verkaufen, oder? Die Karre wurde mir verkaufen, oder? Okay. Ja, komm. Der war nett. Den Raum war nicht aus. Wichtig, wichtig. Ne? Speichern, speichern. Was ist das hier für eine Position? Sollen wir hier angreifen? Wir greifen, natürlich greifen wir hier an. Warten bis dunkel wird. Mal schnell. Und so. Und jetzt nehmen wir das ein. Gut. Und ich will einfach wissen, was hier ist. Ist hier einfach eine Kreuzung mit so einem Punkt hier? Ja, bitte. Ich hab' viel lang gebrochen. Ich hab' viel gebrochen. Ich hab' viel gebrochen. Ich hab' viel gebrochen. Ich hab' viel gebrochen. Es sieht nicht stark bewacht aus. Kein Problem für uns, oder? Zack, Zack. Zack, Zack. Das übliche. Wieder schleiche, schleiche. Ah, hm. Wer hätte denn hier das... Das ist ein UV-Sichtgerät, ne? Dynamo. Dynamo. UV-Sichtgerät? UV-Sichtgerät. Uh! Hat er weitergegeben? Oh, oh. Auch das noch. Eine Mine? Wollen die mich verkackeiern hier, oder wat? Wäre ich fast noch in eine Mine gelaufen. Hey! Schaut euch das mal an! Hey! Schaut euch das... Alter! Und die haben Mine an Mine, oder wat? Hey! Schaut euch das... Fuck! Hey! Ja. Schaut euch das mal an! Hier stimmt doch was nicht! Leck mich am Arsch. Nixi ging da! Uh! Seine böse Stelle! Was ist denn jetzt los? Uh! Okay, durch den Wald ist keine gute Idee. Dezent vermint. Muss ich doch hier oben lang. Wollte ich eigentlich nicht. 357 Leute getötetet. Das für 3000 Mücken. Ich hab' gerade was gehört. Zeit, den Müll rauszubringen. Bingo! Ja, dann geht's jetzt los, wa? Was ist das? Denkt daran! Es ist noch mit... Distanz einer übrig. Ich hab' gerade was gehört. Zeit, den Müll rauszubringen. Oh nein! Komm schon. Bingo! Bingo! Ja! Bingo! 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 Birken! Bingo! Was ist das? Ist ein G3A3. Huch! Auf dem Dach hundertprozentighäßig. Ich hab' was entdeckt. Was ist das? Ich bin' verdammt sicher,que. Dass ich was gehört hab'. Die Schlebte sind hier. Machen wir innen ein bisschen die... Bad Boys. Holy shit. Noch ein Elite. Was's up? Wer macht die Gehäusch? Denk daran, es ist noch mindestens einer übrig. The Bad Boys sind hier. Machen wir innen ein bisschen... Smokin'. Shit. Was's up? Was's up? Ich bin verdammt sicher, man, dass ich was gehört habe. Denk daran, es ist noch mindestens einer übrig. Es ist feind. Wir haben... Scheiße. Oh, Glück auch. Ja? Wir haben noch was zu erledigen. Wir haben nicht alle Bad Boys erwischt. Keiner auf dem Dach... Zeit, den Müll rauszubringen. Bingo! Ech! Wir haben noch was zu erledigen. Wer macht das? Wärmt die Scheiße! Berliner Da, sich behalten! Ja, muss passen auf! Nicht alle Soldaten dort! Ah, die Wunde! Tiefe Wunde! Zeit, den Müll rauszubringen! Ja, stirb! Bingo! Ja! Wir haben da was zu er... erledigen. Das war jetzt nicht so geplant. Da ist was! Was ist das? Zeit, den Müll rauszubringen! Hey, ich bin vielleicht gut, aber so gut nun auch wieder nicht. Bingo! Die Jarennes Scherken sind immer noch in der Nähe. Ich würde nicht ruhen, ehe sie nicht alle ausrediert habe. Ausrediert habe. Ausrediert habe. Oh, Käse. Speichern wir wie immer hier ab. Zeit, den Müll rauszubringen! Scheiße. Gut, dass ich abgespeichert habe. So, das geht ja noch. Was ist das? Soldaten! Darf ich direkt einer vor die Tür verarschen? Kann ich verarschen? Leck mich doch am Arsch. Ich wusste doch, dass sie nicht allzu weit sein können. Ich mach' mich am Arsch. Ah! ... ... Scheiße. ... Ha 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 ha! Geil! Ja! Oh! Fuck. The bad boys sind hier. Wie hat der mich denn jetzt gesehen und ge- Ah! Der Toob hat mich genervt! Die kleine Schergen sind immer noch in der Nähe. Ich würde nicht ruhen, ehe sie nicht alle ausregiert habe. What's up? Was ist denn das da, Troobin? Hier ist doch einer direkt. Zeit, den Müll rauszubringen. Bingo! Bingo! Das hier ist jetzt eine FFZ. Feindfreie Zone! Oh, nee! Ich bin voll am Bluten. Machen wir selber. Entfernen. Bis jetzt bin ich dabei. answer manuskretist Mandeln Bescheckade okay ja ich würde sagen das war es erstmal wieder für diese folge vielen dank fürs zuschauen und bis bald